Ach nee bin ich nicht Schade ist kein Molo mehr was habe ich an immerhin noch vier hier das ist so ein crazy man ich bin ein feind sozusagen ja was ja und wird so feinde nicht schießen das ist ein paar mehr in dem verbrannten Haus das ist ein paar mehr in dem verbrannten Haus Nein. Hier drüben! Wo seid ihr? Alter, in die Eier. Alter. Der krieg ich jetzt keine Kinder mehr. Wo sind noch welche? Vorne ist noch einer. Zwei? Dafür wirst du wischen! Den krieg ich nicht erwischt jetzt von da. Da hinten nur noch einer. Wo wollt ihr hin? Wo wollt ihr hin? Loll. Opfer. Sehr gut. Ich weiß, wo ihr seid! Dann trifft doch. Gutes Argument. Okay, wie geh ich jetzt vor? Weiß ich nicht. Ich sehe! Alter! Klar! Komm, wie viel er weggesnipert hat bei mir auf einen Schlag. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Ach doch. Nicht Bullshit. Hm, nicht ganz so Bullshit. Ich müsste mich hier so voll treffen können. Oh nein. So wie, wie, wie komm ich da nochmal rein? Okay. Am besten. Ich weiß es nicht genau. Ich muss den überwältigen quasi von hinten später. Ich wollt grad zur Seite gehen, Mann. Schnappt sie, Jungs! Ach, die Jungs sind alle tot. Ja, ist echt so. Ich weiß, wo ihr seid! Gibt's hier was zum Sammeln oder so? Oder kann man denn von hier aufsnipern? Wahrscheinlich nicht. Ne, da ist aber nur so eine Knarre im Fenster. Oh, wo seid ihr denn? Ich dachte, du weißt, wo wir sind. Das ist echt so. Was? 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 Wieh? Wie komm ich da jetzt am besten rein? Ich hab' Gefühl, das wird so ne Running-Action Das wird so'ne Running-Action. Schnappt sie, Jungs! was Ja, ja, aber da kommt irgendein Ding dann. Okay, das wird jetzt ziemlich schwer, was jetzt kommt. Mh, das kommt jetzt. Ja. Ja. Das ist einer von uns, ne? Ne. Well done. Alter, ich glaube, das war so ein Köpfchen. Upsa, das war ganz... Warte doch, bis der runter ist. Mach ich dich in die Eier? Ne, es war eher der Oberschenkel, glaube ich. Na los, Leute! Fuck! Die müssen einfach überleben, glaube ich. Ah, shit, der Zaun. Jo! Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Scheiße! Da guckt einer, glaub ich, gleich kurz raus. Kann das sein? Ne, ich hab den Typen abgeschossen quasi. Scheiße! Ja. Oh, das war heftig. Alles okay, Sam? Ja, bin okay. Danke, Joel. Sieh mal da. Okay. Geschafft. Wir müssen weg. Alter, ich hätte zoomen können. Sam! Henry! Los! Los, sind beide gleichzeitig gestorben. Alles okay? Ja, mir geht's gut. Sicher? Ja, alles gut. Falt, gleich. Gehen wir! Schneller, schneller, schneller! Ah, Mann! So bewegt es! Ich glaub schon, oder? Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Oha! 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 Alter! Bist du okay? Ich lebe! Jemand verletzt? Ist okay? Okay, machen wir, dass wir wegkommen. Kommt mit! Dann los! Ich glaub dir kein Wort. Im Ernst. Es war Tommys Geburtstag. Er wollte nichts anderes als... zwei Harleys mieten und einfach losfahren. Oh, Mann. Das wäre das Größte, wenn ich fahren könnte. Nur um den Block. Wie war's denn? Das war gut. Recht gut. Gut? Ist das denn zu glauben? Na los, Mann. Ich will Details. Beschreib es. Wisst ihr was? Ihr zwei führt jetzt ein Männergespräch. Nein, nein, Ellie, Ellie. Es geht ja nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spielst. Das ist echt einmalig. Ach ja? Und woher willst du das wissen? Ich hab davon geträumt. Ich glaub nicht, dass einer von unseren Leuten kommt. Ja. Das Schlimmste daran ist, es Sam zu erklären. Tja. Was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Okay. So, und bevor die jetzt dieser spannende Dialog weitergeht, werde ich diesen Freund jetzt entfernen, der mir grad ziemlich auf die Eier geht. So, wie geht das hier? Option. Äh. Okay. Klicken wir dann. So. Äh. Option. Ja. Von Freundesliste entfernen. Und tschüss. Und der Freund war nicht ich. Nur mal so. Hm. Hä. Was machst du? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Verstehe. Und wie sieht es mit den Dosen Pfirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Nein. Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue. Brrrr. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Und ganz besonders du. Disco Stu. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Okay. Tja. Ähm. Dann gute Nacht. Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her? Dann sag mir wovor. Wovor. Ähm. Mal sehen. Skorpione sind gruselig. Ähm. Allein zu sein? Ich hab Angst davor, allein zu leben. Und was ist mit dir? Die Dinge da draußen. Was, wenn die Menschen noch da drin sind? Wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper. Ich habe Angst, dass mir das passiert. Oh mein Gott. Ich lese die 분�рах. Ja. Vielleicht das so. Wenn die Frau war.